Füge Spielern Schaden zu, während du in einer Schildblase Junior bist oder kurz nachdem du einen verlassen hast. Also die Schildblase Junior könnt ihr hier bei diesem NPC kaufen, ihr könnt sie aber auch als Flurloot finden und in Truhen. So schaut die Schildblase Junior aus. Also wenn ihr in der Gegend seid von einem Gegner, schmeißt die Schildblase, betretet die Schildblase, verlasst dann die Schildblase, verursacht den Gegnern dann 150 Schaden und ihr habt die Aufgabe erledigt.